але gewesen und herzlich willkommen hier heute auf meinem kanal heute ist der 23.11.2015 um 10.20 euer zeit und zwar ich will eine ankündigung machen und zwar am 12 12.15 also am 12 dezember 2015 findet um 20 ohr ein live stream auf hitbox und twitch statt auf hitbox stream ich und gleichzeitig der keks ip auf twitch wird leider nicht ganz synchron sein aber naja ich könnte mir und her zwischen wenn die gucken wie es beim anderen gerade aussieht und ich würde mich über sehr sehr viele aktive zuschauer freuen ich habe sogar eine möglichkeit gefunden den chat diesmal mit einzubinden und ihr hört ich bin im moment ein klein wenig krank ist also also dann wünsche ich euch weiterhin noch viel spaß mit meinem videos vor allem am making of und ja das war's mit der ankündigung haut rein